ja ein freundliches hallo diesmal aus der küche ich wollte noch mal einen kleinen tipp geben zum mora messer ich erzähle jetzt nichts über das mora messer mora messer ist bekannt die vor und die nachteile ich muss sagen ich habe zuerst auch nicht viel von dem mora messer gehalten aber dann habe ich mir das im baumarkt mal angeguckt und für ein fünfer habe ich es einfach mal mitgenommen ja ich habe es wirklich für fünf euro bekommen und die carbon klinge die kriegt man also wirklich ratze scharf und für die zutaten für kochen dann damit zu schneiden ist also wirklich wunderbar so das einzige was mich so ein bisschen an dem mora gestört hat oder wo ich auch begeistert von war ist halt die carbon klinge so die carbon klinge vorteil ich kriegse wunderbar scharf und ich kann zur not damit auch noch funken schlagen mit dem feuerstein nur die carbon klinge rostet halt gerne und da habe ich jetzt was entdeckt wie man die klinge zumindest rost träge machen kann also dass sie überhaupt nicht rostet kriegt man nicht hin ist halten carbon stahl aber dass sie nicht so schnell rostet wie sie dort normalerweise tut das bekommt man hin und wie das geht werde ich euch jetzt zeigen so das ist jetzt das mora so wie es jeder kennt so und da habe ich jetzt die klinge brüniert so brünieren das geht ganz einfach sieht man das ja ich denke mal das sieht man so die ist schwarz brünierung das ist ein schutz für metall was ganz einfaches ist es eine oberflächenbehandlung wie es genau funktioniert weiß ich nicht aber eine brünierung geht mit dem metall eine verbindung ein und ich vermute mal die brünierung bildet mit dem metall eine oxyd schicht die das metall vor rost schützt so und flüssig brünierung das ist 50 milliliter so ein bisschen habe ich mir im internet bestellt kostet ich glaube zehn oder zwölf euro wer es nicht im internet bestellen möchte wird mit sicherheit auch fündig werden bei einem büchsenmacher aber ich gehe mal davon aus da beim büchsenmacher ist es etwas teurer gut aber man kann es natürlich direkt mitnehmen das hier ist brünierung von dem hersteller der das ganz bekannte waffenöl herstellt ich nenne den namen jetzt nicht zur verwendung ist nur so viel zu sagen die messerklinge entfetten sauber machen trocken machen und dann geht man einfach hin nimmt sich ein wattestäbchen tunkt das hier drin ein und wischt einfach darüber nach fünf bis zehn sekunden wird man sehen dass sich das metall dunkel verfärbt und je nachdem wie lange man jetzt die brünierung da drauf lässt und einwirken lässt desto dunkler wird das ganze so und nachher wird es dann einfach mit wasser abgespült abgetrocknet und das war's so die genaue anleitung wie man es verwendet steht hinten auf dem fläschchen drauf und ich habe mit dem teil hier tomaten geschnitten habe dann wirklich nur einmal drüber gewischt habe es nicht eingeölt und auch nicht abgewaschen und die brünierung hält also ich bin damit sehr zufrieden versucht selber mal das ist also nicht nur hier für mora zu machen auch alles andere was so brüniert geliefert worden ist kann man damit wieder auffrischen das war's von mir ich hoffe ich konnte euch einen kleinen tipp geben und viel spaß beim nachmachen wir sehen uns auch an